In der himmlischen Welt herrscht große Unruhe, Gott hat etwas Unerhörtes vor und wir befinden uns in Jerusalem, in der Nähe des Tempels und belauschen zwei Engel bei einem geheimen Treffen. Hallo Gabriel, wann startet die Mission? Morgen geht es los. Liegst du alleine? Ja. Es ist riskant, der Fürst der Finsternis hat viele dunkle Engel in dieser Stadt. Ihr werdet sie ablenken, damit ich unbemerkt in den Tempel gelange. Dort treffe ich den Vater des Wegbereiters. So ein Aufwand, jetzt ist das wirklich wert. Er hat sie geschaffen, er liebt sie. Sie sind stolz und undankbar. Sie wurden betrogen. Der Verheißene wird den Fluch zerbrechen und sie aus der Hand Luzifers retten. Er schickt den Verheißenen, den Wegbereiter, seinen Sohn. Als kleines Kind, in das Reich der Finsternis, sehr gewagt. Es ist Liebe. Wir dürfen keine Fehler machen. Bereiten wir uns vor. Segen für dich. Viel Erfolg. Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird deinen Sohn gebären, du sollst ihn Johannes nennen. Viele werden sich über seine Geburt freuen. Er wird von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Er wird das Volk Israel zur Umkehr rufen und ihre Herzen zu Gott wenden. Er wird das Kommen des Verheißenen vorbereiten. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich habe dir Gottes Botschaft überbracht. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, sollst du stumm werden bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Michael. Ich kam unbehelligt in den Tempel. Unsere Präsenz im Ostteil von Jerusalem hat sie überrascht. Aber der Feind wird seine Armee weiter verstärken. Gut. Soll er sein Hauptaugenmerk nur auf Jerusalem richten. Ich werde in Nazareth die Außerwählte besuchen, die den Verheißenen zur Welt bringen soll. Sei geduldig mit ihr, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Sie ist noch sehr jung. Sei unbesorgt. Sie wird ihre Stimme behalten. Im Gegensatz zu Zacharias. Josef werde ich alleine aufsuchen. Die Nachricht von ihrer Schwangerschaft wird für ihn schwer zu verkraften sein. Ihr müsst mir dafür den Luftraum frei halten. Geht klar, alter Freund. Bis dann. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden und König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Sein Reich wird kein Ende haben. Aber wie soll das geschehen, da ich mit keinem Mann verheiratet bin? Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum soll auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Elisabeth, deine Tante, ist ebenfalls schwanger mit einem Sohn. Und das in ihrem Alter. Alle dachten, sie ist unfruchtbar. Bei Gott ist nichts unmöglich. Siehe, ich bin die Dienerin des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilendst in das Gebirge zu einer Stadt in Judah und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut, gepriesen seist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Wie kann es sein, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als sich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig bist du. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Maria blieb noch drei Monate bei Elisabeth danach, gehrte sie wieder heim. Maria sprach mit Josef über die Begegnung mit dem Engel und das, was sie bei Elisabeth erlebt hatte. Das alles stürzte Josef in ein großes Gefühlschaos. Er wollte sie nicht in Schande bringen, ein uneheliches Kind. Sie waren doch erst verlobt. Sie würden sie verachten und meiden, seine geliebte Maria. Gott, was hast du dir dabei nur gedacht, uns so in Schwierigkeiten zu bringen? Man würde über uns reden und sich den Mund zerreißen. Ich schaffe das nicht. Ich werde weggehen. Verzeih mir, Maria. Verzeih mir. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Verlobte zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird sein Volk retten von ihren Sünden. Maria, der Engel des Herrn ist mir erschienen. Ich werde dich in mein Haus holen. Und so wurde Maria seine Ehefrau. Und, ach ja, Onkel Zacharias wurde Papa und bekam seine Stimme wieder. Es begab sich aber zu der Zeit, dass auf ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und alle Welt geschätzt werden sollte. Diese Schätzung geschah zu der Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, denn die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge gefunden. Und es waren Hürden in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das sollt ihr zum Zeichen haben. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe finden. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher und die lobten Gott und sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. diesen GEREN zum Beispiel ruiniertđ und gespendet und ein bisschen als Sam Und als die Engel von ihnen wieder in den Himmel gegangen sind, da sprachen die Hürden untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die dort uns verkündet wurde. Und sie gingen hin und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegen. Und sie erzählten Maria und Josef alles, was die Engel ihnen gesagt hatten. Und Maria behielt die Worte in ihrem Herzen. Das Wenige, was sie hatten, brachten sie als Geschenke mit Schaffwelle, vielleicht ein bisschen Schafskäse. Darüber steht nichts geschrieben, aber ich würde es so machen. Als sie aber alles gesehen hatten, verabschiedeten sie sich wieder von Maria und Josef und kehrten wieder um. Und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es zu ihnen gesagt war. Das war ein Auftritt. Was für ein Engelschor, der Hammer. Große Klasse. Ihr hättet gleich noch ein Schild hinstellen können zum Heiland in nur 20 Minuten. Der gefährliche Teil fängt jetzt erst an. Ich weiß, aber unser Schöpfer hat es so entschieden. Liebe findet immer einen Weg. Also erst mal vielen Dank euch allen Darstellern, die das so auf die Beine gestellt haben. Und wir kennen diese Szene von der Krippe und überall gibt es Krippenausstellungen und es liest sich so niedlich. Und natürlich wurde viel darüber gesprochen, dass das Ganze im Stall nicht so gemütlich ist. Aber was man oft vergisst, ist der Aufwand, den Gott betrieben hat und das Risiko, dass Gott eingegangen ist. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, Gott muss doch kein Risiko eingehen. Gott ist allmächtig. Welches Risiko geht er ein? Aber ganz ehrlich, wann hat jemals Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt und als schutzloses Baby zur Welt kommen lassen? Die Engel hatten eine Menge zu tun, um diese junge Familie zu schützen. Es war eine Menge Strategie und Planung gefragt, um die Mächte der Finsternis abzulenken, wegzulenken von dieser jungen Familie. Und dann kamen natürlich noch andere Gäste, nicht nur die Hürden. Es waren drei Sterndeuter, die einen Königsstern entdeckt hatten und die natürlich nicht nach Bethlehem gingen, sondern dorthin, wo der König war, in Jerusalem und nachfragten. Und der König erschrak damals und sagt, Moment, von einem Sohn weiß ich nichts und auf dem Thron sitzt immer noch ich. Von welchem König sprecht der hier? Und er hat die Schriftgelehrten nachforschen lassen, die gesagt haben, es steht geschrieben, dass in Bethlehem der Königssohn zur Welt kommt und er schickt sie, ihr kennt die Geschichte, macht euch auf, wenn ihr das Kind gefunden habt, kommt zurück, sagt mir, wo ich das Kind finde, ich möchte ihm auch Geschenke bringen, möchte ihm huldigen. Und so machen sich die drei auf und bringen zu Maria und Josef Königsgeschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Echte Königsgeschenke für die junge Familie. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und auch das war gut ausgedacht, denn die Engel wurden gleich wieder in Aktion versetzt, als sich die Sterndeuter zurück auf den Weg machten, um dem König, dem herrschenden König zu berichten, wo das kleine Kind zu finden ist. Und die Engel begegneten ihnen und sagten, ihr geht diesen Weg nicht zurück, ihr lasst ihn im Unwissenden. Damit diese junge Familie eine Chance hat. Und sie machten sich mit den Geschenken auf nach Ägypten. Und sie flohen dorthin und wurden Flüchtlinge und lebten in einem fremden Land und hatten ein Auskommen dank dieser Geschenke. Es ist für uns, glaube ich, schwer vorstellbar. Du ziehst aus deiner Heimat weg und du kannst plötzlich nicht mehr zurück in deine Heimat, weil das Leben dieses Kindes bedroht ist. Und da musst du in ein fremdes Land, musst dich irgendwie zurechtfinden, musst dich irgendwie durchschlagen. Wir lesen es von hinten, wir wissen, es ging ja alles gut aus. Gott ist doch allmächtig. Aber mal ganz ehrlich, er ist allmächtig. Aber es ist immer noch ein schutzloses Baby gewesen. Und Engel mussten eingreifen, damit diesem Kind nichts passiert. Den Preis mussten leider andere Familien zahlen. Der König tobte, er schickte Soldaten aus, die keinen Skrupel hatten, Babys zu töten. Um ein einziges Kind zu erwischen. Dass sie ihn nicht erwischten. Gott hat einen hohen Preis gezahlt. Die Menschen haben damals einen hohen Preis gezahlt, damit dieses Kind unentdeckt bleibt und durchkommt. Und danach ging diese Familie nicht nach Jerusalem, sondern wieder zurück nach Nazareth. Und dort wuchs Jesus auf. Wir lesen nicht viel. Es gibt eine Geschichte mit zwölf Jahren, wo er einfach abgehauen ist, so wie wir früher im Frankenzentrum unseren Eltern davongelaufen sind. Und dann musste sie bei der Kasse aufgerufen werden. Der kleine Andreas und der kleine Ralf sind hier gefunden worden. Die Eltern bitte bei der Information die Kinder wieder abholen. So war das damals bei uns. Diese junge Familie hier hat ihren Sohn verloren und er war da, wo er hingehört, im Tempel und hat mit den Leuten diskutiert über Gott. Und sie haben sich gewundert über seine Kenntnis und über seine Weisheit. Dieses Kind hatte etwas in sich. Für die anderen Könnt ihr mal das Bild von vorhin zeigen. Für die anderen war es einfach ein ganz normaler Junge. Sohn von Josef. Sohn eines Zimmermanns. Nicht besonders bedeutend. Es wird nichts weiter darüber berichtet. Für Gott aber war er das Kostbarste. Für Gott war es das Kostbarste. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Er ist meine ganze Freude. Gott hat das Gold in ihn hineingelegt und gesehen. Und dann hat er etwas in ihm entzündet. Und das ist der heilige Geist, der in Jesus gewohnt hat. Und dieser heilige Geist ist das Licht in diesem Gold, damit dieses Gold zur Geltung kommt. Und auch da bitte ich einfach, das Bild einzublenden. Und dann hat sich Jesus aufgemacht im Alter von ungefähr 30 Jahren. Und seine Aufgabe war folgendes. Er hat zu den Menschen gesagt, ihr seht euch vielleicht so. Menschen sehen euch vielleicht so. Unbedeutend. Einfach. Normal. Gott sieht euch so. Er sieht das Gold in euch. Weil er weiß, was er in euch hineingelegt hat. Jeder von euch, ob groß, ob klein, ob alt, ob jung, hat dieses Gold in sich. Damit dieses Gold sichtbar wird, muss es entzündet werden. Es muss leuchten. Und das ist die Aufgabe des heiligen Geistes. Und Jesus hat gesagt, glaubt an mich. Glaubt an mich und an den, der mich gesandt hat. Und dann wird dieses Feuer brennen. Findet ihr das Bild, wo innen das angezündet ist? Glaubt an mich und an den, der mich gesandt hat. Und dieses Feuer wird in euch brennen. Und mein heiliger Geist wird es leuchten lassen, das, was Gott in euch hineingelegt hat. Wenn nicht, nicht so schlimm. Jesus ist gekommen als Kind. Jesus ist den Weg bis zu Ende gegangen, bis ans Kreuz. Wir haben dieses Kreuz immer wieder hier auch eingeblendet. Das Kreuz war nicht einfach nur ein nettes Symbol, sondern er musste dort wirklich hin, an dieses Kreuz. Und er musste sein Leben tatsächlich geben. Er musste es bis zum Ende. Und das ist kein Theaterstück für ihn gewesen. Es war auch kein symbolischer Akt. Er musste es bis zum Ende durchgehen. Und am Ende stand die Mutter, die wir hier noch sehen, die ihr Baby bekommen hat. Sie stand unten am Kreuz und sieht ihren Sohn hängen in einem Alter, wo man sagt, da stirbt doch bitte noch keiner. Du hast das ganze Leben noch vor dir, mein Junge. Da stirbt man nicht in diesem Alter. Aber Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Mein Leben ist gegeben. Ich habe alles erfüllt. Und jetzt ist es an euch. Und er hat auf zwölf gesetzt. Einer hat sich verabschiedet. Einer wurde nachgewählt. Waren es wieder zwölf? Er hat auf zwölf gesetzt. Und wir gehören zu diesen zwölf. Wir sind seine Nachfolger. Und unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu zeigen, wenn du dich so fühlst, unbedeutend, nicht schön, wertlos vielleicht, dann sollen wir den Menschen das zeigen. Es ist unsere Aufgabe jetzt, den Menschen das Gold zu zeigen, das Gott in sie hineingelegt hat. Und dieses Licht leuchten zu lassen. Und viele Menschen versuchen das aus eigener Kraft leuchten zu lassen. Versuchen etwas aus sich herauszuholen, um für andere ein Segen zu sein und werden irgendwann leer und frustriert. Deshalb brauchen wir dieses Licht hier innen drin. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen es, damit dieses Licht brennt und brennt und brennt. und wir von alleine leuchten können. Und das ist meine Botschaft heute an euch zu Weihnachten. Es ist alles vorbereitet in euch. Es ist alles angelegt in euch. Und der Heilige Geist wird in euch diese Dinge leuchten lassen und hervorbringen. Ihr müsst es einfach zulassen. Lasst es zu. Und ich sage euch eins, keiner von euch wurde vergessen. Niemand wurde vergessen. Und nur weil einige hier vorne stehen und es leuchten lassen, heißt es nicht, dass du sagst, ja, wäre mir so etwas gegeben. Ja, ich würde auch wunderschön singen können. Das wäre so mein Wunsch gewesen. Oder ein tolles Instrument spielen und so mein Licht leuchten lassen. Aber das ist nicht vorgesehen. Das ist nicht mein Gold. Mein Gold ist das ganz was anderes. Finde dein Gold. Lass es leuchten. Und gib dem Herrn, der Herrn, Raum. In deinem Herzen. Denn Jesus hat gesagt, ich bin ein König und ich habe ein Reich. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König der Herzen. Und ich will zuallererst eure Herzen erreichen. Und wenn er dein Herz erreicht, dann ist da, wo du lebst, arbeitest und bist, Reich Gottes. Dieser König ist er. Und irgendwann wird er kommen. Und dann werden wir alle die Knie beugen, wie die Hürden. Dann werden wir alle die Knie beugen, wie die Sterndeuter vor Jesus. Und dann wird jede Frage beantwortet sein. Amen. 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 Vielen Dank.